Herzlich willkommen zu unserer Schulungsreihe Smart Meter Verstehen und Anwenden. In diesem Modul Nummer 2 geht es um das Thema Messtechnik und Smart Meter. Das erste Video beschäftigt sich mit der Messtechnik in Unternehmen mit besonderem Blick auf die Erfassung von Stromverbräuchen. Danach schauen wir uns die Zusammensetzung des Strompreises für Unternehmen an und welche Tarife es dort gibt. Im dritten Video geht es dann um die neuen Smart Meter, die in Unternehmen eingesetzt werden sollen. Danach schauen wir uns an, was man mit den gewonnenen Daten über den Stromverbrauch machen kann, indem wir uns die Lastprofile von Unternehmen anschauen und bestimmte Charakteristiken beschreiben. Abschließend möchten wir dann einen Schritt-für-Schritt-Plan vorstellen, mit dem Unternehmen die eigenen Stromverbräuche analysieren und erste Maßnahmen ableiten können. Ciao! 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 Vielen Dank.